Drei Fußballstars, die fast einmal beim FC Bayern gespielt hätten. Doch bevor das Video losgeht, lasst hier gerne mal das Plus verschwinden. Und lasst auch hier auf Erdbruderbasis ein Follow da bei ArniFiefer auf YouTube. Kuss geht raus, bald haben wir die 1440 Abonnenten, wenn ihr das noch voll macht. Küsschen aufs Nüsschen. Auf Platz Nummer 3 haben wir heute Raphael Varan. 2011 wurde ein Scout von Bayern beauftragt, sich Varan anzugucken. Varan hätte ungefähr in Ablöse 4 bis 5 Millionen Euro gekostet. Das war dem Bayern aber für einen Jungspieler wie Varan zu viel. Und Bayern holte noch im selben Jahr Jerome Boateng von Manchester City für 13 Millionen Euro. Ah ja Bayern, ihr könnt 13 Millionen Euro für Boateng bezahlen, aber nicht 5 oder 4 Millionen Euro für Varan. Ja, macht ja auch Sinn. Varan ging noch im selben Jahr zu Real Madrid für 10 Millionen Euro. Auf der Nummer 2 haben wir den guten alten Neymar. Neymar wäre als 17-Jähriger zum FC Bayern gewechselt, hätte er nicht 24 Millionen Euro gekostet. Das wollte der FC Bayern einfach nicht bezahlen für einen 17-Jährigen. Und Neymar, wie wir alle wissen, ging ein paar Jahre später zum FC Barcelona, dann zu Paris Saint-Germain. Und heute, wo er steht, ja das wissen wir ja alle. Perfekt Digga, einfach Neymar sich entgehen lassen für 24 Millionen Euro. Heute hat man einen Lucas Hernandez gekauft für 80 Millionen Euro, der vielleicht 3 Jahre oder so oder 4 Jahre gespielt hat. Und fast nur auf der Bank oder verletzt war, ja moin, perfekt Digga und jetzt geht er zu Paris. Auf der 1 heute haben wir Zlatan Ibrahimovic. 2001 wollte der FC Bayern unbedingt Ibra holen. Doch das Problem, mal wieder, war die Ablöse. 8 Millionen Euro waren den FC Bayern einfach viel zu viel. Ah ja, FC Bayern, das kennen wir doch alle. Ihr kauft so viele Spieler heutzutage für keine Ahnung wie viele Millionen. Und die setzen einfach nur auf der Bank und verdienen somit ihr Cash. Ganz einfach. Joach, perfekto. Naja, egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst, wie gesagt, ein Follow da. Folgt mir auch gerne auf YouTube, auf Ehrenbro-Basis. Und schreibt in die Kommentare, welchen Verein ihr als nächstes sehen wollt bei Beinah-Transfers. Haut's herein, ihr Big Macs. Ciao, ciao.